Damit ein wunderschön herrliches Willkommen hier auf meinem Kanal JanikVlogTV. Ähm, ja, auch heute sehe ich mit mir nicht auf die Arbeit, sondern irgendwo anders hin. Genauer gesagt nach München. Was ich da heute überhaupt erlebe, das seht ihr in diesem Video. Und ich bin mal gespannt, was am Ende dann genau an Informationen bei euch landet. Wir sind in München angekommen. Ich hole mir jetzt noch einen Snack, um einfach auch gut in das Gespräch, oder wo auch echt immer gleich noch hingeht, gut gefrüstet zu sein. Und ich gucke mal erst mal schauen, ob ich da überhaupt richtig glaube. Tschüss. Ja, wir sind gleich da. Ich habe mir jetzt kurz, wir sind gleich da, ich habe in der zweiten Zeit mir kurz noch was zu essen geholt. Und dann habe ich ein kleines Gespräch, wo ich euch leider nicht mitnehmen kann. Ähm, und was aber dieses Gespräch alles mit einem Moment zu tun hat, ähm, werde ich euch im Laufe dieses Jahres noch erzählen. So meine Damen und Herren, der Gespräch ist fertig und ich schaue mir noch ein bisschen die Stadt an. Ähm, hier noch ein paar Bilder. Hier noch ein paar Bilder. Und dann gestehe ich sie sehr schön und auch alles. Ähm, echt die paar kleine Pfeilchen, wo ich noch nicht so ganz dafür bin oder dagegen bin, ähm, um einfach auch da nochmal zu überlesen, wie mache ich das jetzt genau. Wie und was ich da jetzt genau mache. Und ja, bis dahin sag ich erstmal, ähm, hier noch ein kleiner Rumumblick von Münzen. Ich würde mich in dem Sinne mich dann auch schon verabschieden wollen. Und sag dann damit, schönen Tag, mach gut, bleibt gesund. Ähm, wenn irgendwas noch wichtiges sein sollte, melde ich mich. Erich, bleuun Skywalker. Ohne, ich würde mich noch, darf nur, oder aufhören? Ohne, Leid.